Tag, servus und hallo zum Donner-Gurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Heute gehen wir was trinken in die Container Bar. Ja, ist das gute Stück. Ich habe dabei von Chu Hang die Container Bar. Ist keine Reihe drauf geschrieben. Und zwar ist es die 86016 mit 1489 Teilen. Ist glaube ich so im Juli 2022 erschienen. Wem wäre nicht ganz sicher, muss ich zugeben, wer es sicher weiß, gerne unten reinschreiben. Das gibt es in China Shops bisher noch nicht bei vielen, muss ich zugeben. Ohne Packung für 56 Euro, mit Packung für 82 Euro. Das heißt 4 Cent ohne Packung, 5 Cent mit Packung. Mir wurde dieses gute Stück von Afo Brick zur Verfügung gestellt. Kurzer Werbeblock. Afo Brick ist im Prinzip ein China Shop, wie man auch andere kennt. Und genau, da könnt ihr mit meinem Code Donner-Gurgler 5% sparen. Es ist auch in der Description ein Affiliate Link. Freut mich natürlich, wenn ihr ihn nutzt. Das Schöne ist, es gibt hier sowohl die Fantasy Sets als auch die typischen Top Brands, die man so kennt. Und momentan gibt es eine Aktion, wenn man von bestimmten Sets zwei Stück kauft, kriegt man 8%. Genau. Ansonsten, wie gesagt, schön ist, dass man hier bei vielen Sets auswählen kann, ob mit Box oder ohne. Und wenn irgendwo mal das mit Original Box nicht dabei steht, dann kann man die einfach anschreiben und fragen. Dann stellen die das normalerweise auch sehr schnell ein. Genauso, man hat irgendwo ein Set gefunden, das es hier nicht gibt. Dann erscheinen, schreibt man die an und dann geht das. Und was sie nicht haben, was ja angenehm ist, zumindest habe ich noch keine gefunden, sind Klone. Ich habe noch keinen gefunden. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind. Allgemein gilt und das kennt ihr das Spiel. Vergleich die Shops, denn das ist wirklich egal, welches Set die Preisspannen sind durchaus. Man hat mal einige Prozent an Unterschied, ob man es bei dem einen oder anderen bestellt. Ich habe dieses Set, wenn man es mit Box bestellt, dann kommt das in so diese Box war einfach in dieser Schachtel drin. Das ist jetzt nicht jede Menge Schutz. Da gibt es jetzt schon Versandarten, wo dann, wenn da irgendjemand im Ablauf einen schlechten Tag hat, dass diese Schachtel auch mal zerdrückt werden kann. Aber zumindest kriegt man sie dann. Und ich habe sie bekommen. Sie hat den typischen chinesischen Griff zum Wegschmeißen. Sie ist einigermaßen gut gefüllt, hat den typischen Innenkarton. Ansonsten ist sie schön bunt, wie ihr seht. Viel Mandarin, das man nicht lesen kann und sieht, dass es eine Cocktailbar ist. Genau. Ich freue mich immer, wenn ich die Schachtel dazu bekomme, denn die gehört irgendwie für mich einfach auch zu einem Set. Und dann, so, das haben wir. Und dann haben wir eine Anleitung. Die ist bei mir schon ziemlich mitgenommen in dieser Schachtel drin gewesen. Da kann jetzt Afobricks nichts dafür, sondern das liegt schon an der Verpackung von Chuhan. Und genauso ist einfach dieser Stickerbogen, den es da gibt, mit drin gelegen. Der hat auch schwer gelitten. Ihr seht, vier Sticker sind noch drauf, denn Tischplatten habe ich mir gespart, aber habe trotzdem relativ viele angebracht. Ansonsten lässt sich es mit der Anleitung gut bauen. Ich bin, wie gesagt, nie der Fan von Es wird alles ausgegraut. Mir ist Sättigung reduzieren lieber, denn wenn man alles ausgegraut hat und sich verbaut hat, muss man immer genau an diesem Punkt zurückfinden. Und so mit Farbe hat man noch die Möglichkeit, es vielleicht auch so zu erkennen. Lässt sich gut bauen. Bei einigen Sachen sind dann auch immer wieder mal, steht mit dabei, einmal 10 oder einmal 8. Gefällt mir immer sehr gut, finde ich. Von der Usability. Einfach sehr praktisch. Und dann gibt es eine wunderbare Beleuchtung. Aber auch die wird gut erklärt, wie sie hier eingebaut wird und wo man sie durchzieht. Genau. Also im Prinzip kein Problem, dieses Ding zu bauen. Steht eine Altersgeschichte drauf. Over 6 years old. Das kommt ziemlich hin. Es gibt eine Stelle, wo man ein bisschen gucken muss. So, da ist das Ding. Und ich halte es euch mal hier so ein bisschen. Ihr seht, die Beleuchtung ist gerade an. Ist sie nicht toll? Genau. Wir haben hier alles, was ihr seht, sind Sticker. Ich glaube, es war kein bedrucktes Teil mit drin. Wir haben hier so einen Freedfood-Wagen. Und hier ein bisschen. Man kann sich hinsetzen. Viele, viele Aufkleber. Ein oben gebricktes Bar mit einem Fahrrad. Schöne Container. Welcome to the Jungle. Hier haben wir auch Container Bar. Und da oben. Schöne Dinge. Das Ding steht auf einer sehr interessanten. Also das steht auf zwei. Brick, naja, Playton. Also auf solchen. Nicht auf Bassplates, sondern so. 2, 4, 6, 8, 7, 2, 4, 10, 16, 18. Genau. Das ist nämlich 20x30 ist eine dieser Platten. Und das heißt, die Grundfläche ist 40x30. Das ist sehr ungewohnt. Das hat dann eine Tiefe von 24 cm. Und eine Breite von 32 cm. Und eine Höhe haben wir mit dem Fahrrad zu knapp 19 cm. Ich hatte sehr viel Lust auf dieses Set. Wie gesagt, Afrobrick hat mich angeschrieben, ob ich da mir was vorstellen will und ihren Shop. Und dann habe ich mir dieses Set ausgesucht. Es gibt bei Bluebricks gerade noch eins von Kogo. Ein Spiele-Set. Was auch so ein Container-Ding ist. Bin ich noch am überlegen. So was, ich denke, in der urbanen Welt, in Großstädten oder im Zweifel auch in kleineren Städten, hat man so was mittlerweile mal gesehen. So Container-Sachen. Teilweise Zwischennutzungen. Oder bei Clubs gibt es sowas. Und da fand ich es ja sehr schön. Sehr schön. Schauen wir es uns mal im Detail an. Das Problem, schade finde ich tatsächlich, man kann hier nichts abnehmen. Also es ist nicht modular. Und das ist nicht schade. Und es sind leider auch keine Minifiguren dabei. Es lässt sich aber, wie gesagt, schön klemmen. Chu Hang ist, glaube ich, die gleiche Qualität wie G-Star, wenn ich mich nicht ganz täusche. Schauen wir uns den Fazit an. So, jetzt schauen wir mal, ob meine andere Kamera heute Laune hat. Das geht so. Wir haben hier diesen Wagen. Der ist ein bisschen eingerichtet. Nicht großartig, aber macht Spaß. Dann haben wir hier die Essensecke. Was haben wir da hinten stehen? Die Bar. Dann der Overhang. Da habe ich schon überlegt, ob ich es umdrehe und Hangover draus mache. So der Day After. No Sleep hier. No Sleep to Brooklyn. Und let's party all night. Cheers. Genau. Hier kann man natürlich aufmachen. Das tue ich dann auch mal. Und hoffe, dass man ein bisschen reinschauen kann. Genau. Ja, auf der einen Seite haben wir ein Flaschenregal, eine kleine Bar. Die sich da so durchschlängelt. Ein paar Fässer sind da auch zum Zapfen. Da hinten noch ein paar Blumen. Jetzt gucke ich mal. Man kann auch auf der anderen Seite aufmachen. Vielleicht den hier nehme ich mal ab. Der ist zwar, schauen wir uns gleich noch an, ganz gut aufgenobbt. Aber wenn ich da jetzt dran rumhantiere, wird der sehr schnell abfallen. Genauso wie das graue Teil hier vorne. Wird auch irgendwann abfallen. So, dann schauen wir noch von der anderen Seite rein. Da haben wir dann einfach ein paar Stühle, ein paar Blumen. Flaschen, 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 Flaschen. Hier haben wir eine Schiebetür. Auf der Seite waren wir noch nicht. Doch, waren wir schon. Hier haben wir die Schiebetür. Hier steht eigentlich der Wagen davor. Und hier haben wir eine Schiebetür. Dann mache ich doch gleich mal hier oben auf. Na, hackelt's. Vielleicht das Set wieder abstellen. Das kann man hier nur auf einer Seite aufmachen. Genau. Man geht dann hier, so, verwirrend heute. Hier geht man dann die Treppe hoch. Hier unten haben wir auch noch ein Zapfhahn für draußen. Und hier ist der Tisch zusammengeklappt. Die Bierbank. Genau, ganz normale Stühlchen. Hier dieser Containerbaraufkleber. Auch schwierig. Man weiß jetzt gar nicht, ob sie versucht haben, das Gelb zu treffen der Steine oder einfach wirklich eine eigene Farbe genommen haben. Auf jeden Fall, die Stickerfarben passen null zu dem, wo man es draufklebt. Hier oben ist dann einfach auch nochmal so ein Flaschenregal, ein paar Lampen angedeutet. Dahinter eine bisschen, was ist denn das? Ah, da ist eine Bar, äh, ne, 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 Bühne. Die, versuche ich mal, ob man das hier abnehmen kann. Ja, kann man. So, hier haben wir eine Karaoke-Bühne. Da gibt's oben auch Beleuchtung. Das wird man jetzt hier, ja, ein bisschen, sieht man's, dass da so Spots auf die Bühne gehen. Wenn man das von vorne sieht, dann muss ich, glaube ich, einfach diesen Stuhl drehen, damit man das erkennen kann. Kann man's erkennen? Ja, da ist eine kleine Bühne mit einem Mikrofon, wo ein Stuhl dahinter ist, ein paar Spots nach unten. Nochmal so eine gebaute Flasche, wie auf dem Streetfood-Wagen drauf ist. Und dann haben wir hier oben die größten Stühle der Welt. Da passt eine Minifigur, kann so bis zur Stirn sich draufsetzen. Und da habe ich sogar auf die Tische dann die Aufkleber, glaube ich, ne, habe ich keine. Genau, wir haben Blumen. Und auf der anderen Seite, hier oben haben wir nix. Und hier haben wir beim Aufgang auch noch ein paar Blumen. Tatsächlich ist das erste Set, was ich hatte, wo nicht genug dieser Blüten dabei waren. Es sind immer irgendwie ein, zwei weniger, als man da hat. Kannte ich nicht bisher. Wir sind da eigentlich, bleiben ja eher immer eine Tonne übrig davon. Aber in diesem Fall fehlen immer wieder mal ein paar. Da schlängelt sich die Lichterkette entlang. Hier unten dieses grüne Ding ist, ne, da. Wo ist es? Da. Dieses grüne Ding unter der Treppe ist die wunderbare Beleuchtungsbatterieeinheit, die mit solchen Knopfzellenbatterien funktioniert. Und wer weiß, wie lange. Ich finde das, das ist so wie die Lichterketten, die man sich zu Weihnachten bei Konrad für 3 Euro kaufen kann oder für teilweise 1 Euro. Was das hier war, habe ich auch lange gerätselt, bis es mir dann irgendwie eingefallen sei. Das soll einen umgekippten Pylon, glaube ich, darstellen, der da an diesem Stromkasten ist. Don't know. Und dann haben wir hier noch. Welcome. Genau. Ah, jetzt habe ich das Auto vergessen. Einen Moment, baue ich das mal schnell hier wieder drauf. Das wunderbare Auto. Den kann man, ich schalte mal nochmal um, damit wir den auch fertig haben. Genau, große, große Flaschen, kleine Sitzbank da hinten und dann ein Verkaufsfenster. Einmal auf dieser Seite und einmal auf der Seite. Ja genau, haben sie versucht, das Orange zu treffen oder haben sie einen Rot genommen? Dann haben wir hier, kann man auch zumachen, Cocktail. Und ihr seht, meine Sticker haben teilweise ein bisschen gelitten. Hier vorne haben wir auch noch einen Aufkleber. Hier vorne haben wir auch noch einen Aufkleber. Sticker, Sticker, Sticker. Ansonsten ist das Ding relativ rudimentär gebaut. Aber es rollt und die Flasche obendrauf finde ich auch schön. Genau, das ist das gute Stück und da fällt das gute Stück. Ich gucke mal, ob ich am Schluss noch ein paar Bildchen mache oder ein kurzes Video aufnehme, wenn das Licht aus ist, dass ihr noch seht, wie wunderbar bunt das leuchtet. Chuhan! Erstmal nochmal danke, Afobrix. Hat Spaß gemacht zu bauen. Und schön. Ich bin tatsächlich noch am überlegen, mir das Kokoset noch zu kaufen, weil man könnte sich da natürlich einen tollen Park bauen. Aber ja. So. Ich finde es eine tolle Idee, weil man sowas einfach in der Stadt mittlerweile immer wieder mal hat, dass solche Container Zwischennutzungen da stattfinden. Das Ding lässt sich gut klemmen. Teilweise nur mal klemmen. Also die Klemmkraft ist jetzt eher zu hoch als niedrig. Nicht zu hoch, aber niedrig. Es ist im Ganzen eigentlich die Blautöne und die Gelb und Orange und so weiter. Eigentlich ziemlich farbtreu. Die Fliesen haben typische leichte Mikroschlieren, sind aber auch okay. Muss man teilweise gut reindrücken. Wunderbar viele Aufkleber. Ich habe keine PDF-Anleitung zum Set gefunden. Sehr schade. Den Riesenstuhl hier oben, die finde ich einfach zu überdimensioniert. Die Sticker verknittert. Das könnte man lösen, indem man die Verpackung, die Anleitung, den reinsteckt und dann halt einfach nochmal in die Tüte packt. Das ist hier nicht passiert. Leider. Ich fände es wunderbar, wenn das Ding modular wäre, dass man hier das abnehmen kann. Das hier oben drauf zu bauen, ist am Schluss das Einzige, was ein bisschen tricky ist. Denn da braucht man ein bisschen Kraft, sage ich mal. Wenn jetzt ein 6-7-jähriges Kind das baut, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen helfen. Modularer Aufbau wäre so toll. Ein paar Minifiguren wären natürlich toll, aber kann man mittlerweile auch verstehen, wieso es die chinesischen Hersteller immer weniger reinpacken, da es eben zu Problemen führt. Und die Beleuchtung finde ich einfach billig. Da wäre es so schön. Also wenn Beleuchtung, dann bitte mit USB oder mit einer Akkubox, wo man die Akkus auch tauschen kann und nicht solche Knopfzellen, die man im Erotik-Shop sonst kauft. Preis, Leistung 56 Euro fühlen sich gut an bei 82 Euro mit Verpackung. Die Verpackung würde ich mir, glaube ich, sparen, wenn ich es selber bestellen würde. 56 Euro das passt. 80 Euro wäre es mir nicht wert, muss ich auch zugeben. Da ist es. Ja, da müsste man dann einfach nochmal für 20, 30 Euro ein paar Steine kaufen, um das Ganze modular umzubauen. und ja, wobei, wenn ich mir das kleine Kobo Set bei Bluebricks für 50 Euro anschaue, dann ist es okay. Also ich kann mich, es ist okay, lässt sich gut klemmen. Wie ist eure Meinung? Habt ihr sowas bei euch in der Stadt? So eine Container, Dorf oder Bar? Bei uns in München gibt es ein paar und da kann man meistens eine gute Zeit verbringen. Das war der Donnergurgler für heute. Schreibt mir gerne unten rein, wie ihr die Bar findet. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.